So Leute, es geht weiter mit Amnesia Sedak, die Send mit mir, den Red Kiechchen und ja, yay, es kann endlich weitergehen. Ja, ich konnte leider in letzter Zeit keine oder kaum Videos machen, kaum, kaum ist besser, weil ich hatte viel zu tun und das sieht aus wie ein Beil, Beil, ja genau, Beil, mhm, ja, nicken, stur lächeln und winken, ja, mhm, so. Also, ich habe, das ist auch schon drei, ne, vier Wochen, vier Wochen ungefähr her, seitdem ich das Spiel gespielt habe, ich habe keinen Plan mehr, was ich machen muss. Auf jeden Fall, ich weiß nur noch, dass hier ein böses Monster war, was mich auffressen möchte und ja, anscheinend habe ich da Fackeln aktiviert. Oh, ich mache mal die Tür auf. Steht da das Monster? Nö. Okay. Tür ist verschlossen. Was, das Schluss ist hier doch, Code, die nur weist für einige Schwachstellen auf. Was muss ich machen? Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gehe ich kein Risiko ein. Ich habe keinen Punkt, dem Viech nochmal zu begegnen. So, ja, ich bin auch ein bisschen still. Stimmt schon. Also, ich weiß, dass Daniel vor den Monstern, wenn es hell ist, nicht Angst hat. Und das ist gut. Hallo? Hallo? Okay, na da. Focke an. Flamme an! Okay. Was haben wir hier? Oh, oh. Böse. Auf jeden Fall so. Moment. Ist hier was unterneuern? Kann... Hier läuft irgendwas. Ich höre es. Da ist eine Zelle. Ich will da irgendwie runter. Ich gehe da auch kurz runter. Ja. Ja. Ähm, kann ich das Ding hier auch aufmachen irgendwie? Fest verriegelt. Nö. Anscheinend nicht. Was ist hier? Okay. War ich hier noch nicht? Doch. Ich war doch schon mal hier. Aber... Oh. Mein Öl ist da aus. Ha. Hä. Okay. Moment. Ähm. Öl. Verdammt. Wo... Was muss ich denn nochmal machen? Sonst habe ich... Fast immer ein fotografisches Gedächtnis bei so ein Spielen. Ja. Aber diesmal nicht. Nein. Was ist das denn bitteschön? Kann doch nicht wahr sein. Moment. Moment. Was habe ich denn hier? Ich habe hier... Oh. Hohle Nadel. Was? Diese... Okay. Handbohrer. Nein. Meißel. Es ist aus stabilem Stahl und in gutem Zustand. Das bringt nichts. Was? Okay. Hatte ich auch nicht gestört. Das hätte mich gar nicht gestört. Ich hätte es da einfach aufgeklatscht die ganze Zeit. Bis das Ding aufgebrochen wäre. Meine Fresse. Daniel, du machst alles umständlich. So. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Auf jeden Fall ein Hammer. Weil ohne einen Hammer wäre ein Meißel nichts. Denn nur der Hammer macht's. So. Ähm. Und ich... Hier muss ich kurz schneiden, glaube ich. Kurz schneiden. Boah. Okay. Wieder da. Verdammt. Hatte vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Egal. Äh. Okay. Gehen wir mal langsam durch. So. Ich denke mal, wir haben jetzt Ruhe erstmal von dem Monster. Weil ich schon einmal gestorben bin. Und deswegen wurde das entfernt, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel tickt. Kann sein. Nein. Kann nicht sein. Angst. Weg hier. Hm. Ich sterbe. Ja. Ich sterbe. Ich muss warten, dass die Musik weg geht. Kommt jetzt gerade anlaufen. So. Steht's da draußen irgendwie? Null. Ne. Moment. Ich speichere und beende. Weil ich's kann. Ich bin der Protagonist. Ich kann alles. Fortsetzen. So. Ja. Ich rede nicht sehr viel gerade im Moment. Aber okay. Mir ist auch gerade nicht wirklich nach reden. Äh. Okay. Da hab ich mich gerade verschluckt. Hm. Wenn Monster kommt. Wenn nicht. Einfach mal. Größtes Spiel. Ist ja auch nicht schlimm. Kann man machen. Muss man aber nicht. Guckt der nochmal hier böse. Böse wie er ist. Nein. Okay. Von da komme ich auf jeden Fall irgendwie. Da kann ich keine Fackel setzen. Guck mal einen an. Ein Hammer. Wat ein Hammer. So. Dammöl. Meins. Gönne ich mir. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Stein. Was haben wir da? Ein Monster was rauskommt. Oder so glaube ich. Oh oh. Ich bin tot. What the fuck. Ja. Ich glaube ich bin tot. Ah Daniel rennt sehr schnell. What the fuck. Daniel. Beruhig dich mal Junge. Junge. Alter. Sure. Oh Gott. Ja. Cool. Daniel ist fast tot. Okay. Ja. Ja es war sehr erschreckend Daniel. Wir verstehen es. Aber. Daniel kriegt dich wieder ein. Okay. Ich werde mal hier ein bisschen an der Flamme. Die Kerze angucken. Weil. Sie ist. So beruhigend. Auf Daniel. Und. Ja dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde wahrscheinlich. Hier eine Stunde stehen oder so. Na ja. Ist gleich. Jut. Wieder da. Daniel hat sich beruhigt. Hat doch nur. Ja. Geschlagene. Zehn Minuten gedauert. Ja. Zehn. Fünfzehn Minuten. Mhm. So. Ja. Wir rennen jetzt einfach mal rüber. Ja. Ich hab's schon gespeichert. Ja. Oh oh. Das war. Schlecht. So auf jeden Fall. was ist das sie beide die fäuste beschützt die rennen sei bei gefüllten beutel und betete die männer fordern sie auf was und was und betete die morma alter schwede okay moment ich muss mich mal kurz sagen ich habe gerade ein paar tabletenintos und moment so sie beilte die fäuste beschützt das ist doch ein schlechter joke scheiß die wand an kann ich da jetzt nicht durch moment ich kann es ich kann es ins gefängnis er öffnet das leintuch und das die kugel schützend eingelagert war alexander richte danach nahm sie an sich und hielt sie gegen das licht bedenke sie sagte er halte sie immer ein fährt was wo bin was was moment und okay ich glaube es ist gut wenn ich immer speichern kurz so ja es tut mir leid dass ich gerade in dieser episode nicht viel geredet habe und zwar auch nicht so spannend und leckt mich so mein gott zwei wege rechts oder links ich gehe links und links ist eine sackgasse wow wenn noch mal sowas kommt dann nämlich noch mal links so hallo hallo okay keiner da das wäre lustig wenn mich jetzt so ein monster begrüßen käme hallo hallo moment moment okay das doch nicht ich stelle okay äh außer sind meins so ist hier was drin ne hm anscheinend nicht aber es bewegt sich es bewegt sich es bewegt sich nach oben ich ich fasse es nicht an guckt euch diese scheiße an oh gott was ist ab gravitation gesetzte der schwerkraft außer kraft i love it okay auf jeden fall wir haben jetzt ein teppich und das ist glaube ich mal so ein guter moment das ist jetzt auch glaube ich mal ein guter punkt um zu sagen das war's für heute von amnesia the dark the sand mit mir den red kichin und ich lass das Ding noch tanzen komm tanz dance 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 okay dann nicht t t brauche ich dich doch nicht für tanz ich selber jo breakdance okay nein ähm jo bis zur nächsten Folge tschüss set nicht oni defens nichts nicht klar Vielen Dank.